Das Video beginnt ab 6 Sekunden, weil ich ein paar Sachen rausschneiden musste. Hallo. Moin. Hallo. So Leute, XWK Newcom Stern und... Ja, das warst du mit diesem Commentary. Haut rein, Leute. Ciao. Okay, der muss wieder gehen, der muss schon spät. Wir haben uns 21 zu 11. Das Ding also, was Steve meinte, wir haben Truppenpunkte, wie ihr hier seht. Also ich bin hier bei meiner Klasse. Und der Steve und ich... Na, hier schön SC2000. Handy Badger, ich liebe dich. Strabbing R2. Und wir werden uns jetzt den 3, 2, 1 kaufen. Oh, Handy Badger. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an zu suchen. Damit es nicht für euch so langweilig ist. Erstmal Eisdarnung drauf. Er hat sich halt den Season Pass geholt. Und ich musste meiner Mutter gerade eben gesagt, Digga. Sag mal, ey, du wartest, bis du deinen 20 Euro hast. Denn du bist mein Sohn und ich bin deine Mutter. Und du sollst das Go machen, weil ich jetzt zocken will. Ja, ich auch, Digga. Warte, 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 warte. Fang an. Such ein Spiel. Warte doch. Chill, chill. Chill, chill. Chill, chill. Chill. Es ist genauso wie 3, 3, 3, 1, go. Die Deathmatch. Lass uns chillen. Chill. Scheiße. Lass uns chillen. Schillen. Lass es chillen. Lass mal so einen Hohstuhl sch outlined. Dass dasядn Blue so umöst. Schillen. Ey, das Ganze so gut, Digga. Oder bei Zombie. Ey, du bist... Ey, du bist... Ey, du bist... Si myth richtige Pro. Ey, du bist echt myh Sign... Ey, die... Ich sag nächstes mal, wenn ich schulab zu meinem Lehrer, ey chill mal! So, chill mal! Du Hund! Bin ich laut genug? Ja Digga, ich bin sehr laut, also red mal was? Wallakri! 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 Geh nochmal raus und wieder rein! Obwohl 28 Millionen... Sie waren im Schnitzel, wir waren gerade hier ein bisschen auf der Suchenden Lobby, und... Boah, chill mal! Wir waren ja jetzt gerade... Chill mal, Alter! ...hab am Ende Ende gefunden, den Rest schmeißen wir in den Mülltonnen. Ähm, ja Leute, stell dich doch mal vor, bitte ist nicht wieder so... Also Nuke bitte! Ja Moin Odi, herzlich willkommen zu Road to Ghost Part Nr. 4! Bei mir ist es 6... Und... Ne, 4, 2, 2, 2, 5! Ne, bei 4, du... Ah, egal, okay, ich bin bei 5! Die letzte Aufnahme war... Und Leute, wie ihr seht, habe ich die Honey Beta Fall geschaltet. Ich auch! Ich auch! Wollen wir uns? Sie, äh, synchronieren wir mal ab, 5! Okay, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1... 1... Bombe! Ghosts! Wir sind wieder Ghosts! Ey, nice! Ich find's geil! Ich weiß, wir sind immer Ghosts! Ich weiß, wir sind immer Ghosts! Digga, jetzt wird rasiert! Boah, die Russian hier durch die... Oh, nicht bin tot! Wessen Handy ist da leer? Wessen Samsung Galaxy S3 ist da leer? Meins! Cool! Meins ist auch leer, übrigens! Oh, da legt eine Honey Batch eigen! Hab sie! Oh, mit Red Dot und Shally! Oh, fuck! Ich weiß, ich hab eine 3-Hast-Digga! Ich war kurz vor... Wie heißt das? Mit einem Schall genämpften... Schalligen Schall? Ich hab's jetzt kommen! Ich hab's da vor, Digga! Ich hab auch Settbungen gekriegt! Oh mein Gott, Mann! Ich brauch Stalker! Ich brauch unbedingt Stalker! Ach so, ähm, ich könnte meine Abonnenten fragen! Soll ich mir, wenn ich die nächsten Druckpunkte habe, soll ich mir Stalker oder Magazinerweiterung für die Honey freischalten? Magazinerweiterung! Also ihr könnt entscheiden? Ja, ich entscheide! Hund! Der Hund töte mich! Der dreckige Hund! Doppel! Und Leute, an meine Abonnenten! Ähm, Leute, wenn ihr über 5 Abonnenten habt und Bock auf ein Dua mit mir habt, einfach anschreiben! Ich mach gerne mit euch ein Dua als... Oder Triples! Oder Triples! Oder ein Vierer! Also es wird auf jeden Fall darum gehen, euren Challenge zu supporten, deswegen machen wir überhaupt nur ein Triple, damit auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf euch gelenkt wird! Ich bin ja so frei! Kann ich mich schon rausnehmen! Boah, die Honey geht so übelst ab! Finde ich nicht gerade so! Also mit der bin ich gerade noch nicht so! Ach, der ist ja direkt ein Scheide drauf, ne? Ja! Geil! Das finde ich... Ja, der hat mich gesehen! Wer hat mich gesehen, Digga? Ich hab den Geld raus! Ich, ich, ich kenne es mal eine Runde! Mann! Gibt es hier nicht so, irgendwie, wie Zähigkeit oder so? Digga, ist klar, gibt's das! Das heißt, irgendwie Roughness oder so! Was? Wie heißt das? Weiß ich nicht, Digga! Irgendwie, irgendwie heißt das irgendwie! Echt, jetzt hat das einen Namen! Mhm! Scheiße! Schillen! Heißt es zufällig Schillen? Ne, Digga! Oh, das war das so behindert, Mann! Digga, ich hab meinen ersten Kill in COD Ghost mit einer Granate! Habe ich schon ganz Zeit, Digga! Oh, ich hab auch noch ein Set-Bomb! Digga, ist einer! Das hat sich geil angehört! Scheiße! Ich hab die Granate, pass auf! Ich brauch drei Kills! Ohne Anführungszeige! Dann hab ich Kiste! Hast du dann Kiste? Mhm, hab ich Kiste! Digga, ich bin geblendet! Boah, er liegt da! Der Bastard, Mann! Boah, ich hol mir! Hab ihn! Danke! Ach, noch einer! Oh, fuck! Was ist der denn? Oh, da drin ist noch einer! Der wollte ich gerade holen, Digga! Ich muss gerade nachladen! Hat auf einmal nicht mal aufgehört, zu nachzuladen! Zu nachzuladen! Oh, ne, wir schreiben morgen Deutsch, Alter! Jawohl, ich hab Kiste! Ey, Digga! Wir schreiben morgen Deutsch und keiner aus der Klasse checktiss! Drei Ding! Drei Leute in dieser Küche, da wurden die eben drin waren! Drei Leute! Werd mal Gnasse rein! Ey, Digga! Drei Leute gehört? Sieh! Ja, ich hab's gehört! Ey, das ist so krank, Alter! Kein Effekt! Und die Lehrerin so, ja, das ist aber dann euer Pech! Ey, ich hab die gesagt! Ja, aber ich check das nicht, Alter! Wieso? Die, 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 die erklärt das dann aber auch nicht, ne? Jeder hasst! Wow! Ich hab noch mal eine Satzung! Ich stehe vor, meine Lehrerin guckt so das Video an! Ey, das machen halt die meisten Lehrer! Sag mal, grüß dich mal! Sag mal, ernst, grüß dich! Hallo! Sag nicht, sag jetzt, letzte Worte zu dir! Ja, also ich freu mich morgen total auf die Deutschprobe! Nein! Ernsthaft, Digga! Die sind schon, die sind schon nett, Digga! Nein, die sind nicht! Schau mal, ich sag doch! Hanni, äh, Hanni ist am Start und schau mal meine, äh, äh, 1906 an! Ja, ich glaub das, du glaubst, das nicht nur, oder weil du meinst das Killsteals? Nein! Ja, ich glaub, ich werd nicht sporken und ich werd direkt durch die Kanal zu, Digga! Ich hab jetzt gesehen, wie ich sterbe, hm? Hm, hm, hab jetzt gesehen! Verwendete Satkom aktiv! Da steht man die Camp nur volles Haus zu, das ist voll... Ich hab die ganze Zeit durch, Digga! Ich auch! Ich hab die ganze Zeit! Oh, Köter! Schon wieder der Drecksköter! Jetzt! Ganz ruhig bleiben! Wow, 5er! 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 5er plus? Ja! Ja! Laber doch nicht! Laberst! Schau Road to Ghostbind an! 5er Abschluss! Ey, ich kann so echt stürmen, ne? Digga, die campen alle im Haus! Wow! Oh, Digga! Digga, der eine Stimmel da! Ich will das Kill! Ich will das Kill! Ich will das Kill! Ich will das Kill! Digga! Jungs, Jungs, Jungs! Wir müssen gewinnen! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Komm! Ich hab ein! Komm! Nein! Doch! Jawoll! Habe ich den letzten Kill gemacht? Shit, man! Oh, Digga! Bitte! Jawoll! Nein! Schauen die an! Double Kill! Der eine war da drin! Wo hast du deinen Hund gesehen? Hm. Gleich noch eins hinterher! Hauen! Jungs, welchen Score hatte ich davor mit der SC 2010? Und jetzt schauen wir meinen Score jetzt an! Jetzt an mit der Honey! Hauen wir alle wenigen! Dik, du bist aufgestiegen! Dich? Ich klein! Nicht! Ich bin ich bin hoch gestiegen genau Wo wir die noch İş trinken matingle landlord ist? Ich da gesagt hat wie recht, ich Utter preferred hat nicht eine neue Serie freischalten Othega, ich hab' Gott einmal in der Bunde gekratzt, Digga Achso ich war der Stalker, ne neun Punkte und Magazinerweiterung, wie viel kostet das? ich komm jetzt Redout für die Honey, das ist geil ne? 3 Punkte, Magazinerweiterung, 2 Punkte 10% Schussgenauigkeit auf der Honey, hier? Ey Luke Kaufe dir noch Redout für die Honey Das ist nicht geil Ich bin zu dumm Ich bin zu dumm Nein, ich bin zu dumm Ich wollte mir doch Magazinerweiterung für Honey kaufen Ich hab's für die SC 2010 gekauft Es dauert erstmal ein bisschen diese Punkte, Digga Oh man Ich glaub irgendwie, dass ich mir meine Finger angebrochen hab Digga, wir brauchen über 100 Parts oder so, um ein Roadtruck am Ende zu machen Ach ne man, bei mir ist die sechste Part jetzt und ich bin Level 8 Bei mir ist der, bei mir ist der vierte Jetzt muss man dazu sagen, du warst schon Level 5 als wir anfangen haben Ja Mal deine Aufnahme kaputt gehen sind Man sind alle geboren gegangen Ab alle auf einmal, wie kann das denn? Ganz ja tief ist Ist von mir auch schon oft passiert Ich liebe diese Map Vermischen, weil ich nicht nur 13, 12 Mal gleich mal gleich mal gleich mal nach den letzten beiden Die letzten 30 Letzte Sekunden 3, 2, 1 los 3, 2, 1 3, 2, 1 Da kommt gleich gleich einer Starter, da bin ich der Starter Zack, zwei weg genutzt Da oben ist einer Digga, ich hol mich ja nicht Bei den Jux Ich ver... äh... Ich hab ihn, ich hab ihn Oh fuck, oh fuck, oh fuck Die campen beide da oben Zwei da oben Hab einen Auf diesem Spot hinten Hab einen Der kommt von hinten Digga Ich muss besser aufkissen Nein, sag's doch Sag's doch früher Ich geh jetzt auch mal da hoch Ich geh jetzt auch mal da hoch Ich geh die Honey Mach ich schlecht Ein, äh... Lächter, schlecht Auf der Hüfte Ja, da... Da hol ich gleich Den ersten Kämpfer Am Set, komm Wo spawnen die? Oh mein Gott Er geht hoch und sieht mich nicht Wo spawnen die? Ich hab keine Ahnung Ich kenn die Sponsor nicht Okay, Digga Ich muss ein bisschen defensiver spielen, denn ich verkacke uns die ganze Zeit Oh Was spawnen die denn alle? Keine Ahnung, Digga, ich hab mal keinen einzigen Dier gesehen Shit, Mann Digga, er kämpft in der Ecke und schluckt wie so ein kleiner Ficker Er kriegt jetzt eine Granate in der Arsch gefickt Oh mein Gott, er ist nicht mehr da Ich hab Angst hier Ich hab Angst hier Boah, die sind so am Campen Ja, übelst Da ist einer Von rechts Von rechts Von rechts Da ist einer Ja, ich hab ihn oben Oben, oben Oben ist einer Ja, warte Ich geh mal hoch Ich hab ihn 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 Woah Was? Lea Sind sie nicht gestorben? Habt ihr sie gesehen, Leute? Digga, die Hanne geht dir richtig auf Echt so Ich find die nice Da kommt er gleich Die spawnen hier Runde Ein Hund Entschuldigung Nein Digga, ich war grad voll im Feed, Mann Die haben den Wachhund getötet Oh, der Abend Nehmen wir schon noch 10 Minuten ab, oder? Ähm Nach dem Game, ja Ja, naja Weil, ich muss meine Aufnahme in 3 Minuten wieder Oh mein Gott Digga, ich spawne mir tot Digga, ich sehe keine Gegner Von wo? Von wo? Obwohl die eigentlich Con sein müssten, wie ich wusste Ich hab die Chapter Z-Com Oh mein Gott Ich sehe, guck mal die Set-Com und sie nützt gar nichts, Digga Doch Nützt schon viel Jo, was sind denn die ganzen Camper? Können sie mir mal einer sagen? Oh fuck Digga, ich reiste bald aus Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Tja Wie haben die mich gesehen, Leute? Hört sich das an Satkom Verbindung aktiv Okay er hat verdient gehabt ich muss ihn tüten habt ihr diese herrte gesehen leute sie geht ab ihr habt ihr bock auf dem live stream ja aber nicht heute morgen ich wäre ein skype dabei warum ich ja kein bock allein zu zocken ist verständlich die schlucken die dann wie nur es ist die abgleich wenn ihr aber nicht auch noch nicht auch noch drei ich habe ja ich auch aber doch nicht es ist es mann geht es ab sie kriegen wir zusammenlaufen die erste sind der städte ist da nicht im ersten geschützt die wasser 3 spornschirm an mit der welchen Waffe denn honey honey welche aufsätze schallt im fahrrad dort unterweiten max also schallt dann für sich schon drauf ich brauche mich schnell für die 2 vor ding ich brauche noch ein 2 von mini ich hatte ja schon mal ein maniergeber der würde mir klaut von wem denn da ist mir den kehl gelassen digga muss sagen müssen da ich bin tot ich bin tot ich bin tot scheiße hatte ich mir sagen müssen digga aber wie schnell ich sterbe stirbhund habt ihr es gesehen leute habt ihr es gesehen wie viel hund geschluckt hat aber sie haben gesehen wie schnell wie schnell ich mal sterbe ich bin normal schon wieder digga drei schüsse schläge ich mit der honey badger er hat aber genau die waffe wie ich er musste das raus schreit aus dem video warum was schon wieder nach 15 minuten und länger ist sagt vollmann wir machen noch eben neue aufnahme ich stelle es nicht rein ja aber wir haben noch die aufnahme und beendet eben die karten ist doch ja ich meine davor habe ich ja schon mal gequattet ich muss noch können oh mein gott ich habe also ich hab's davor schon mal gequattet nein 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 diesmal will ich das kill haben kriegst du nicht das sage ich dir ich mache mal voll viele kills und dann ziehe ich den letzten küsse da war draußen rechts ok digga noch sechs keils bis zu was für fünf nein ich hätte den last kill hätte der mich nicht getötet fünf die erste kugelsiegere Wäste drei du bist du es gibt es mann er erst schimmelt im haus oder ohne Witz jetzt noch drei noch zwei gehst nein mal schauen ob meine granate last kill ist einen noch nein Leute habt ihr was gesehen nein digga hör mal auf man nein ich kann er nicht annehmen hallo du hast ihn doch digga ich dachte schon digga ich dachte schon digga digga guck mal der ist gar nicht gestorben doch der hintere achso digga jetzt bin ich immer positiv Leute cut moin Leute und ja und cut ähm jo wir sehen uns dann in Road to Ghost Part Nummer 5 und cut haut rein dann 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 dann